Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von TTT. Ja, wir sind heute in einer kleineren Runde unterwegs, nur noch acht Leute. Also es werden immer weniger von Folge zu Folge. Ja, wir spielen heute wieder auf der Bowling-Map mit unseren altbekannten Freunden Curry, Dennis, Lennow, Major, Domi, Erich und Flow. Ja, Dennis, was war das? Was? Oh! Null. Der hinten kam ein anderer Curry. Warte mal. Dennis ist Traitor. Hä? Warte mal, Major, hier ist jemand. Ja, du hast die Gravinen, Grave, Dingsnade, was ich gerade benutzt habe auf der Minecraft-Mate. Okay, sehr gut. Ich bin wieder im Sparschen, ey. Hammer. Hammer, Jungs. Dennis war also Traitor, ne? Dennis war Traitor. Bronzo, du brauchst ihn nicht wiederbeleben. Ich bin clean, ne? Nein. Jetzt spielt unter euch, wenn ihr wollt. Du bist clean. Okay. Darf ich mich dir anschließen, Major? Nö. Eine Allianz gründen? Als wenn du bewiesen hast, dass du auch clean bist. Okay, wie kann ich es bereisen? Was man dazu sagen muss, hier spricht der Spielleiter in dieser Episode, ist der Taros nicht mehr dabei. Danke. Diesmal immer mit der Pistole, Bronzo. Sind wir hier auf dem Bahnhof, oder was? Okay, danke. Okay, ich vertrau dir, Major, Mann. Alter, Flo. Ey, Curry, was ist denn mit dir los? Ja, was ist denn mit dir los? Hab ich Käse im Arsch? Ich vertrau dir halt gerade. Ja, natürlich. Hab ich Käse im Arsch. Also, wer hat jetzt Dennis getötet? Major hat Dennis getötet, immer noch. Major? Jo, alles klar. Jo. Allianz. Alter, Flo. Alles klar. Curry ist gut. Major hat eine Granate. Was ist da oben? Curry ist sehr verdächtig. Hä? Was für sehr verdächtig, Mann. Ich kann auch aus der Tür. Verfolg den Curry die ganze Zeit. Er macht nichts. Gut, Flo. Wenn du irgendwas machst, sagst du Bescheid. Ja, aber der Curry ist immer so. Das stimmt. Das ist auch schon mir schon oft passiert. Und dann in der letzten Minute hat er mich noch geholt. Hier, Leno, hol doch mal die Deagle raus, Mann. Komm, ich zeig dir mal ein Geheimnis. Komm mal mit. Gieß mal. Zeig doch mal. Das ist keinem Deagle. Ach, da ist diese Peng, Peng. Ja, ja. Ich weiß. Das ist die normale P-Stu. Komm mal mit. Komm mal mit. Das ist Flo, ne? Irgendwann ist es vorbei und dann schieße ich dir einfach so ins Gesicht, ne? Was? Warum das denn? Du bist immer so aggressiv, Curry. Auch wenn ich nicht mal Trailer bin, ne? Major, was hast du denn da gerade in der Hand? Du musst einfach mal ein bisschen lockerer werden. Ja, bei dir ist das immer ein bisschen schwierig. Oh, sorry, Major, schieß doch mich, Alter. Ja, sorry, Marge, Alter. Ich habe noch 330 HP. Ja, das Ding ist, ich habe einfach geschossen. Ja, wahrscheinlich wollte er dich mit einem One-Hit killen, aber hat sich nicht geschafft. Eben. Ja, klar. Dann hätte ich auch die Shotgun genommen. Okay, ich muss jetzt... Curry, 100%ig Traitor. Ja, weil ich dich jetzt beschuldigt habe, ne? Ja. Ich bin... Bonsu, du hast eine Aiming, ne? Alter, ey. Bonsu, du weißt doch, dass ich innocent bin. Ja, das muss ich echt mal sagen, das ist schlimm. Okay. Ich habe den Dennis getötet, du weißt doch, dass ich innocent bin. Ich wollte dir nur beweisen, dass das keine Babygun ist. Ja, vielleicht bist du ja trotzdem... Deswegen hast du auf Bronsu geschossen. Nein, das Ding ist, mein Aiming ist so gut, dass ich schon automatisch auf die Gegner schieße. Ja. Nee, aber ernsthaft, ich bin kein Trailer. Ja, aber wieso hast du dann auf mich geschossen? Ich habe den Dennis getötet, ne? Ich glaube, der Flo ist tatsächlich great, ne? Ich muss dich jetzt leider töten, Major. Es gibt keinen Grund dafür, dass du mich gerade hättest töten wollen. Ich wollte dich nicht treffen. Wie gesagt, es war nicht meine Absicht, aber wenn du mich töten willst, dann müssen wir jetzt den Kampf anbieten, Bronsu, komm. Okay, komm. Oh, hinter dir ist einer, Major, pass auf. Ja, ja. Leno, er wollte gerade auf dich schießen, er wollte gerade auf dich schießen, der Leno. Hast du gesehen? Ja, Bronsu, willst du mich jetzt bekämpfen, Bronsu? Nee, komm, wir gehen beide auf Leno. Hallo, Leno. Hallo, Leno. Der ist schon confirmed, weißt du. Warte, willst du mich jetzt bekämpfen, Bronsu? Nein. Okay, dann vertraue ich dir. Okay. Okay, ich bin tot, Leute, gleich. Ah, hey, werden wir jetzt schon wieder töten? Hä? Okay, ich leb noch, geil, Mann. Also eine Minute noch, und dann kommt noch ein bisschen extra Zeit drauf. Okay, bitte, geh raus. Warte, nein, 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 da muss ich hin. Geh mal da rein. Ich zeig euch das. Ich hab hier Geld, und das stecken wir jetzt hier in den Automaten. Guck. An alle, die da stehen, ne? Da ist eine Traitor-Falle, ne? Wo, wo? Alter. Da, wo die beiden Jungs stehen. Ey, Flo, ist es. Ne. Flo war's, der Pisser, ich hab's doch gesagt. Aber es ist keine, es ist keine Traitor-Falle, die ich gemacht habe. Nein, 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 aber hier, da, wo ihr grad wart, hättet der Traitor-Falle. Wer was jetzt, Flo? Er hat das Secret gefunden. Na, Mucki, Alter. Alle bin traurig. Ey, Leute, ihr kennt die Maps, ne? Dies ist die Zeit, in der wir, an die Verlust dieser Zeit, meine Damen und Herren, denken wir an den historischen Moment, an dem Major einst ein weiser Mann war. Die eine, die eine, die eine, mit einem Bart, die ist ein zweiter, Major. Höh, was? Was ist? Ey, ich will auch lachen. Das war der Beat davon, Mann. Dieser Scheiß-Song, Alter. Das war echt das, oder? Das war das, was war das? Ja, ja. Was war das? Beat. Was war das? Ja, rede doch mal. Die eine, die eine oder keine. Kennst du das Lied, Mann? Ich bin Detective, Leute. Der macht ja Barbados, ey. Echt? Oha. Okay, cool, jetzt sind alle acht am Start. Wenn andere Frau ging ich lieber in den Bau. Ja, ich sag ja, ich sag ja, der war Traitor. Bist du ein Traitor, Leno? Nein. Okay. Da ex-susieren wieder schon tausende Sachen. Okay, Dennis hat geschossen. Der Curry, ja, du Holzkopf. Der Curry schießt. Hä? Vorsicht, Vorsicht. Da ist einer tot. Da waren überhaupt keine Fester. Wenn du kein Traitor bist, bin ich der Kaiser von China, ganz ehrlich. Ja, Domi's Traitor, Domi's Traitor, Domi's Traitor, Domi's Traitor, äh, schießt. Und Curry, Domi und Curry. Hä, was für Domi? Ich hab den Domi gerade getötet, Mann. Ey, Dennis hat mir gerade eine Tür ins Gesicht geschlagen. Toll. Wer ist das hier? Was warst du da, Leno? Hier, siehst du, er hat den Flo getötet. Ja, sauber. Super gemacht. Alter. Hat er den Major jetzt umgebracht, oder was? Hm. Domi was a Traitor. Ey, was ist das denn? Ey, das ist Major? Major, ne? Ey, Dennis, wirklich, das ist so schlecht, ne? Ey, wie kann denn die Granate hier liegen, wenn der Major, also wenn der, hä? Wollen wir es jetzt ausrambonen hier? Keine Ahnung. Wenn der Erich mir das weiter hinterherläuft, knell ich ihn ab. Das war Major, aber der Major ist Detective. Geiles Aussehen. Wie ging denn das jetzt? Ey, das ist dieses komische Ding hier. Was ist das denn? Die, die Visualize hat sich automatisch aktiviert, weil ich die in der Hand hatte. Achso, cool, ja, cool. Das sind, also, das kann man hier hinlegen. Mega nice. So? Ja. Genau. Leute, der Dennis. Diegel hat den gekillt. Das passiert, passiert gar nichts. Und auch jetzt. Die Diegel. Guck mal. Ey, der Dennis schießt auf Leichen, also ganz echt. Ja, die sind doch eh schon tot. Was hast du denn? Erich, lenkst du einfach ab von dir. Ja, 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 ja. Erich. Ich dachte, Erich ist so ein Traitor. Ist egal, ich werde dich gleich erschießen, dann nehme ich das in Kauf. Okay. Für meine Leute. Okay. Aber ich bin mir noch nicht sicher genug. Aber wer ist denn? Hä? Lass uns aus anbauen. Ah, ne, Lennow ist ja hier. Ne, also ganz ehrlich, das hat jetzt nichts mit euch zu tun, aber der Erich ist so ein Traitor, Alter, ganz ehrlich. Wann hast du einen Shotgun? Hä? Ronson, schieß doch mal, Ronson, ich hab ne Diegel. Wir haben das schon mal so geklärt, ja? Ronson, schieß doch. Oh, okay. Ich stelle mich jetzt hin, ihr könnt euch in einer Reihe vor mich stellen. Ich hab keine Shotgun, ich hab ne Rifle, Mann, guck. Und ich hätte gern, dass ihr mich hinrichtet. Wieso denn, Lennow, wie kommst du da auf? Ey, Dennis. Hey, Dennis. Der hat ja irgendwie auf mich geschossen. Ey, ich hab auf die Olle geschossen. Ja, genau, auf die Olle. Leg dich ab, leg dich ab. Wenn ich gerade zufällig bei der Olle stehe, hast du auf die Olle geschossen, Alter. Wer ist denn, wer hat sich denn da von unserem Gruppchen distanziert? Hä? Also Ronson und ich sind eigentlich safe, weil wir den Domi gerade getötet haben. Der lief der Traitor war. Der Deniz ist so krass, ey. Der Erich, der haut nie ab. Der ist so krass, der Deniz. Geh weg, Erich. Sehr gut. Der will's auch. Guck mal, wie er da sitzt. Guck mal, Curry. Guck mal, Curry. Ey, Curry, geh weg, Curry, geh weg. Ey, nicht mehr, du schießt auf die Fässer, Mann. Geh weg, Curry. Der Erich ist Traitor. Ich bin kein Traitor, der Deniz ist Traitor, ey. Okay, dann komm mal rein, Erich. Komm mal. Ach, was wollen wir jetzt mit euch? Was ist das denn? Nein, der Curry hält sich da raus. Der Curry beobachtet das. Ich halte mich da raus, ja, ja. Komm her, Erich. Ich halte mich da raus, Erich. Warte, ich nehm die Crowbar in die Hand, ja. Okay, komm her. Okay. Ich sag, du bist Traitor. Ihr seid beide Traitor. Deniz so arsch. Deniz hat auf die Fässer geschossen. Nein, 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 Curry, warte. Deniz hat doch auf mich geschossen, ey. Der ist tot, Dennis. Es ist tot. Ist er tot? Ja, ja. Oh, Lennos auch verdächtig, jo. Hä, der hat das schon wieder gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Warum nicht hier ein Andi, der Erich? Warum hast du den nicht untersucht? Ne, ich war noch nicht draußen. Warum hast du den jetzt zwei Innocents gekillt, Curry? Das geht gar nicht. Ja, ist echt so, Mann. Das geht nicht. Da kann ich zwei Laufenden damit durchkommen, ey. So voll unauffällig, so heißt. Wer guckt denn hier? Was? Wo vorbei. Der Dombies. Curry war Traitor? Äh. Übrigens, Dennis, das habe ich zweimal gesagt, bevor ich gestorben bin. Boah, ich habe es gar nicht hinbekommen. Wollt ihr es für den letzten? Ne, ich nicht. Oh, Mann, 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 Mann. Schieß einfach um mich. Ich habe euch alle zerbärnt. Aber ihr müsst zuhören, ich habe gesagt, Curry ist Traitor. Ey, ich habe gedacht, ey Curry, ich wollte den, du bist so ein Arschkopf, Curry. Du hast so gewartet, bis der Erich und ich uns angreifen. Ja, ach was. Du alter Zahn, du. Aber trotzdem habe ich nur dich erschossen, weil du auf die Fässer geschossen hast. Ja, ja, aber ich habe ja gesagt, du sollst dich raushalten. Ich wollte mit dem Erich das ausrambonen, dass er Traitor ist, aber er war gar keiner. Ich habe ja gar nicht, du hast ja zuerst auf die Fässer getroffen. Ja, ja, aber dann kamst du und hast dich aber mal eingemischt. Eigentlich war der Schlüsselspieler dieser Runde der Bronze, weil der Domi hat jemanden getötet, Curry stand neben ihn und Bronze war bei denen. Du hättest sehen müssen, dass Curry nicht reagiert hat auf den Tod. Ja, ey. Ich habe es noch gesagt, Curry ist Traitor. Hey, ich habe den Domi doch gekillt. Der hat auch direkt am Anfang gerufen. Ja, nee, nee, Curry redet mich. Hey, natürlich. Natürlich. Darum geht es doch gar nicht. Der Domi hat jemanden getötet, right? Dann habe ich gesagt, Domi ist Traitor, er stand in der Ecke, richtig? Dann hat der Domi auf mich geschossen, aber davor, also als ich nicht gesagt habe, was der Domi Traitor ist, stand es zu dem Domi und hast nicht auf den Tod eines anderen Spielers reagiert. Darum geht es. Hey, nein, er hat den Flo erschossen, dann habe ich auf ihn geschossen, als ich hinter ihm stand. Du hast erst auf ihn geschossen, als ich sagte, Domi ist Traitor, du wolltest weggehen sogar. Dann hast du erst auf ihn geschossen. Also zusammenfassend, Schlüssel Spieler und Schlüssel Kind. Der Bronze. Was, The Woman's Bad Floor, Erspin. Okay, da ist jemand in den Traitor-Raum. Wer? Irgendeiner ist in den Traitor-Raum. Ich habe jemanden getötet, Bronze. Was ist denn bitte schon der Traitor-Raum? Aber wieso hast du jemanden getötet? Achso. Nein, Mann, das ist das wieder. Irgendeiner ist im Traitor-Raum. Ich bin sicherlich kein Traitor, ne? Dennis, ich bin hier mit dem Lernis unterwegs. Erich, was machst du denn da? Flo? Der Flo klebt schon wieder einmal am Arsch, ne? Ja, ich weiß, das macht er die ganze Zeit. Eigentlich suche ich den Curry auch wieder nur. Wer schießt denn da auf mich? Dann warten wir doch mal hier. Da hat gerade einer geschossen. Ey, Leute. Major, was tut es von da hinten? Das Gebäude ist umstellt. Nee, ich habe keine Sniper. Das Gebäude ist umstellt. Nee, nee, Flo, alles okay. Ich war es nicht. Was für eine Waffe hat der, äh, äh... Aber der kann sich von da auch nach da hinten teleportieren, ne? Ach, stimmt. Flo, was für eine Waffe hat der Major? Shotgun. Der hat jetzt eine Pistole. Jetzt eine Shotgun. Fester, fester. Mhm. Geh mal weg von dem Pass. Ja, warte, warte, warte. Jetzt kannst du. Boah, wie die weggeflogen ist. Also für mich ist Major Traitor, weil er gerade auch versucht hat, auf mich und Flo zu schießen. Ey, ich kann euch doch nicht versuchen, mit einer Shotgun von da ganz hinten zu töten. Ja, aber die Kugel ist neben uns eingeschlagen. Du bist der Einzeste, der daherkam, Major. Ja, das Ding ist, aber ich war es nicht. Und ich bin hier auf Bronte, Mann. Tatsächlich, oder was? Vertraue mir, Vertraue mir. Okay, I trust you. Danke. Erich, was hast du denn da gerade gemacht? Erich, nimm mal bitte die Diegel zurück. Was für eine Diegel? Nimm die Diegel. Wechsel auf. Ich hab sie gesehen. Ich hab keine Diegel. Was hattest du da gerade, Major? Schieß. Diegel. Nee, du hast gar nicht was an, war doch nicht, ey. Warte mal, zeig mal. Du hattest gerade irgendeinen fetten Revolver in der Hand. Ich hab's doch gesehen, Alter. Ey, du laberst so eine Scheiße, Mann. Warum funktioniert hier eigentlich der A-Strike? Okay, wenn nachher rauskommt, dass du Traitor warst. Oh! Lustigerweise sagst du das immer zu Leuten einfach und dann bist du am Ende der Traitor. Alter, ich bin Detektiv. Ey, du hast uns eben so auseinandergekommen. Major ist ein Traitor. Ey, warum? Ich hab's immer so, ich hab's immer im Gefühl, der Major ist so ein Traitor. Wenn der Major, okay, warte, wenn der Major kein Traitor sein sollte, schulde ich den Major den nächsten Mal eine Suchuk. Guck mal, hier eine Boni-Koogel. Dann gönnt doch dir die Golden-Digel. Dann lass dir die Golden-Digel geben. Okay, okay, gib's die Golden-Digel. Okay, alles oder nichts, Dennis. Gib her, ich nehm das in Kauf. Wo bist du denn? Hier, ich steh hier. Die anderen sollen bitte nicht reagieren. Ey, Leute, das könnt ihr nicht machen. Dennis, komm her. Die anderen sollen bitte nix machen. Hinter dir, auf der Bowlingbahn. Die anderen machen nix. Auf der Bowlingbahn. Ihr könnt nicht schon wieder ohne Beweise hier euch gegenseitig ausrambohen. Ja, nee, der Dennis hat ja Beweise. Aber wenn er meint, dass er... Leute, nix tun, bitte. Wie kann ich dir denn aufgeben? Wie der Dennis jetzt sterben wird? Ja, du müsstest gucken, ob du die nicht schon hast. Komm, Mann, drück... Mit E... Mit E musst du sie aufnehmen. Komm, drück. Drück ab. Nimm die Diegel und komm, hau rein, Mann. Du hast recht gehabt. Nein! Hey, schieß doch! Kann ich! Ey, ernsthaft! Hä? Der Dings tüktet jeden. Das war jetzt nix los hier, Alter. Der Eiridge rastet aus. Was? Bronzer, Alter, wieder daneben. Voll daneben. Wer war Traitor jetzt? Oh, Mann. Ich war auch Traitor. Ja, Flo, der Bronzer und ich. Wie, die anderen Traitor. Ich hätte jetzt gern gesehen, wie der Dennis gestorben wäre, ey. Habt ihr gesehen, so an jeder Seite stand einer und dann so voll das Kreuzfeuer so. Ja, es war einfach nur ne Hinrichtung. Mafia-Hinrichtung. Einfach nur ne Mafia-Hinrichtung. Ich schieße nicht mehr auf dich schießen, Major. Ja, weil wir Bros sind, Mann. Du kannst einfach nicht abdrücken. Dann hat der Bronzer mit seinem Ping-Pong-Baby ein. Oh, der Russen hier. Aber Hauptsache, Bronzer schießt erst mal wieder Kilometer. Ey, ich hab Bronzer vorhin gesehen, so sein Aiming aus seiner Sicht, ne? Hä? Der hat fünf Kilometer daneben geschossen, Alter, ganz ehrlich. Ja, ich wollte doch den Major gar nicht treffen, Mann. Ja, ja, genau. Ja, klar. Was war denn davor in der Runde, wo du die Nähe gefachtest? Der ist halt einfach friedlich. Der möchte niemanden treffen. Ja, all Bronzer. Niemals. Das ist so ein süßer... Süßer Bro, der Bronzer. Weiß der Explosion fünf Stunden vorher. Der Bronzer explodiert erst mal alles. Der Dombie ist Detective übrigens. Über der Bude explodiert hier gerade. Ich bin innocent, falls jemand... Ja, ja. Hä? Stopp mal. Das glaub ich jetzt auch. Ey, Irish. Du bist einfach nur ne Waffe, die hier rumläuft. Du bist durchsichtig. Wollt man stehen. Hä? Wo ist der denn? Ja, der ist vor mir. Guck mal, mach mal die Tasche an den Ballen mit F. Jetzt sind wir alle gar nicht. Guck mal hier. Komm mit, Irish. Komm mit. Ich hab eben den Prop Disguiser benutzt. Ey, willst du mich gerade verarschen? Ne, ich will erst, dass mir jemand anderes mir sagt, dass ich wirklich unsichtbar bin. Du bist unsichtbar. Geh hier rein. Geh hier rein. Ne, ich will jetzt erst, dass mir jemand anderes auch sagt, dass ich unsichtbar bin. Du bist Traitor-Item. Du willst mich hier ins Hinterkämmerchen locken. Ey, guck mal, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, Irish. Ne, ich bleib nicht stehen. Ich renne so links, rechts und links und rechts. Ich renne so links, rechts. Ey, du bist unsichtbar, Junge. Kann mir jemand bitte das bestätigen? Ja, war der Spannung? Ja, du bist unsichtbar. Hallo, Curry. Wisst ihr warum? Weil der Irish Traitor ist und Disguiser benutzt hat. Nein, Prop Disguiser, da webt man ne Tonne, Major. Da webt man ne Tonne. Achso. Ja, ja, aber ich hab das genau in so einem Moment. Ich glaub, ich hab so ne Schrot rumfliegt. Ich glaub, ich hab das Spiel verbuggt, ehrlich gesagt. Wie OP ist das? Der ist so. Was war das denn? Der ist so. Der ist irgendwas explodiert gerade. Ey, Major. Ey, Major. Ey, trotzdem hat der Dennis nicht geklappt. Ey. Weißt du, wie der Irish hier, Alter? Wie der hier rumläuft? Ist einfach ne Lass. Rekar, Rekar, Rekar. Hä, Alter, ne Waffe. Hä? Der ist hier frisch reingefallen. Was für Curry, Mann. Wer war das? Ich bin vorne rausgelaufen. Warte, wer ist hinter mir? Domi? Vorsicht, Vorsicht. Warte mal, kann man das vom Weiten auch was nehmen? Ey, was ist hier los? Hier ist ein Loch. Ja, ach, was ist denn da gerade passiert? Der Irish läuft nur als Waffe hier rum. Konze, pass ne Tüte. Juri. Kann mal jemand bitte dieses Fass zum Beispiel bringen? Was da? Warte, Vorsicht. Nee, nicht Baby. Alter, Dennis. Ey, lass mich damit in Ruhe. Pass auf, das Fass auf, Alter. Ey, der Major. Ja klar, nur das Fass erschossen. Ja, dann waren doch vor. Dennis hat Domi gekillt. Dennis hat Domi gekillt. Ich wusste es doch, Mann. Er hat auch den Flo getötet, Mann. Komm her. Leno. Ja, und mich wollt ja ins Räumchen locken, ey. Ich hab's euch geschaut. Alter, warum schießt ihr auf mich, Mann? Seid ihr tot? Ach so. Du bist doch, Alter. Ich hab grad den Dennis getötet. Darfst du Dennis, ey? Leno. Leno. Bestätige? 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 Ey, der Curry war's. Komm. Ey, ich war's nicht, Mann. Dann bestätige ihn noch. Warum bestätigst du denn die Curry? Du bist alle. Weil wir ihn noch die letzten waren. Ja, ganz gut. Ich muss das ganz gut sagen. Bevor die Folge an den Isis und den Major reinkommt. Und den Curry. Und ich dachte, der Irish ist tot. Auf einmal läuft da eine Waffe durchs Bild so. Alter, ich hab minus 31 Punkte. Was ist das denn, Mann? Hättest du das einfach dazugeben müssen. Theorie, schlechtes Spieler ever, Mann. Ey, du, wir haben den Leiter gegeben. Ja, das war dann eine Folge. Dieolf machte gar nichts mehr dabei. High school. And was... Na mal kurz. itter, Fern live. Wegen West.